so leute wir starten jetzt die aufnahme wir fahren jetzt einen schönen berg hoch mit unseren 100.000 ps zusammen mit dem kleinen baby kein baby aber wir müssen echt die kurve langsam hoch und sagt ja guten tag sonst gibt man hier schon ein dampfen ach weißt du noch der eine medic das war kein medic der uns hier abgefuckt hatte oder oder die ganze mit der karte permanent und ich konnte wenig mein auto einlagern und noch mal holen hat für ein schwachkopf kann man nicht raus die folge die aufzeichnen müssen oder habe ich das sind wir sind nach das war ein kurzer berg eine minute ich drücke jetzt hier turbo mit nitro auch mit ratort mir geschrieben heute habt eine e-mail von nitro erhalten und muss aber bremsen in der fufe erlaubt aber er wollte automatisch zum glück ich habe ein ziemlich dabei ja moin das war jochen dann kommt der gesichts günther warte pkw der fährt er nach links auf die linke spur aber gar nicht der dumm kannst ja mal klicken dann ist der dämlich ich lass mich jetzt ich lass mich hier jetzt nur wollen du auch ja ich kann nicht bremsen weil der motor ausfällt bei mir auch man kann mich nicht bremsen mit der motor ausfällt doch ne ich kann nicht zumindest macht das ich sehr schwer dann zu bremsen ja das ist dann kommst du ja oh ne nicht gleich noch ne links rechts links rechts rechts mit 132 kurven genommen oh da kommt ein bahn übergang ja da war aber hart oh ja hui sprit 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 sonst küsst man noch mein hinter schrei man hört das immer noch nicht schrei schrei nach 200 metern schrei 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 wieder geschrien hat ja das hat man gut was mein wie ne nö tschüss blöder Pkw der Pkw durfte nach links vorn wegen diesem Bausteller geht ihr mitgenommen das hat man auch nach links weißt du jetzt aber warum das war ja nix keine Farbeempfängung bei dem anderen Fall ging es nur geradeaus ja hast du ja Clip gemacht wir können es ja uns gerne mal an tschuld mal Zeit hat ich überlege ob ich meine Schmolle wie es ist alles auf einzelnen hochladen na ne das sind keine 5 Minuten ich weiß aber nicht ob die zusammenschneiden darfst ne so na wir sind hier oder glaubt es na wie lange kein Cap Cuts steht Cup Cuts Cup Cuts dann ist er halt in Ordnung bäm 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 karre beschädigt zu stark schon wieder 100 prozent aber die karte hat immer noch noch ein 60 prozent schaden zurück geradeaus vor und habe gedacht hier geht es nach links hier gibt es ja auch ein funk stück dabei aber das klingt aber komisch das klingt so hier ich liebe diese chaotische folge jetzt drei meter abschleppen lassen das müssen wir wieder im portland machen unternehmen bei lachen man hört das nicht wenn ich noch das ist eingestellt der kopf von links gelingt hallo blöde mörder gemacht die blöde feuerwehrmacht schafft weil meine karte abgesoffen ist ich so leck mich doch mal schon feuer der lang aber was weiß was an end wieder cool ist da kannst du optimieren wie viel fps du haben darfst sie haben aber keine was sie haben aber eine amd grafik karte ich habe doch nur da weiß was schön wäre mit ein video was man machen könnte ja ich könnte das machen ja aber warum soll dies machen denn nicht da läuft dann dein ding sport nicht besser auch nicht 160 fps und fortnighter ist das ich bin das in auf 60 oder 30 sogar nur aber ob es nicht klar kommt kann es auch nur noch 30 eingestellt ist wieder mit 60 klarkommen gibt schlecht weil dann eine gurke hat man das ist ja nur wer ist es es ist richtig haben sie heute nichts besseres zu tun außer auf zu ficken wieso wissen sie doch die ausfahrt links gibt gummi und entnehmen will sich gerade nicht das wird dann wohl gleich eine xxl folge werden wahrscheinlich nicht die komplette tour jetzt er ruft mich an die karte an die private nummer drückt die nummer nach dem motto ja genau aber ja handbrennen funktioniert nicht müssen sie mal kontrollieren ja ich muss hier mit 100 100 kann ich verkaufen kann es ja mal seine seine liebe wir hier sagen was soll das zu sagen der schiff wird ausfroh sein dass er uns nicht sie nah weil wir ja ihn nicht auf die eier kommst du sind sie umgekäppt der pkw hat kurz fliegen gelernt werden vielleicht zum momenten ja freunde wird sich fällt die xxl folge dann lasst gerne ein like und ein aber das ist halt auch gerne die video beschreibung jetzt machen wir wer hat du redest nicht dazwischen ich habe dich ja schon begrüßt sagt das nicht mehr da braucht sich die einen auf die fresse sehr witzig dachte aufs maul hals maul gesicht und nenne mir vier körperteile freunde was ist ein drei packen minus zwei packen könnt ihr gerne einreiben in die kommentare wollen wir es auflösen baby baby oder wollen wir die zuschauer raten lassen wir sind hier drauf kommen aber es ist drei packen minus zwei packen und was ist das baby einpacken einpacken oh ich werde doch mal einpacken danke danke deutschwerden süß scheiße ähmst du lahme kurke wie kurke ich wollte auch von 200 gramm hier durch lassen wir kurz mal anhalten hatte ich muss mal den händler und versuchen den kenne ich tatsächlich noch nicht den kW händler den wir gerade hier ach so der auch so durchdenken dass wir können gummi geben blickkommi der feld hat auch noch gar nicht durch die stadt oder das ist das ist Hallo? Es ist Marzell. Ich habe mal kurz fliegen gelernt. Warte? Ja, gut. Hä? Warte, gibt es hier einen Ausweg? Ja, Mann. Wuuuui. Klatsch. Endlich. Miep. Ach, scheiße. Aber ich bin durchgekommen. Klatsch. Miep. 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 kommst du es ist beim paket ist noch nicht hier versendet geworden also das kann heißen entweder morgen wird es komplett versendet und kommt morgen oder am 7 mal was ist am 7 dienstag ich sag ja dann bist du am 6 da kann sagt wie sex handy am steuer ist verboten die sende wurde elektrisch angekündigt nur ein haken von wie ich glaube ich bin auch noch an paket verfolgen paket ist im flughafen angekommen und wartet auf dem flug so hier guck sagt man müsste ich baller hier mit 200 km h durch ich bin aber krank ist umgekippt in nähe und wo bleibst du denn da muss ich nur mich wohl nicht aber gibt es nicht so hüpp klatsch kommst du ich bin ein da in ja dann drückt mhm mhm oh ich muss vorsichtig nur da sein sonst gibt es ärger mit daddy daddy der pingelig hört ja wie du wieso sag mal pille Pille äh pille ach komm vergiss das plLab ja na was du gerade gesagt hast pingelig pingelig ach jetzt hab ich auch wieder rausbekommen was er somit nacht na mein papa will ja wundemachen biegen sie ihre Ehe ab. Ich fahr richtig, ich drück Turbo. Wie der letzte gesagt hat er eine... ... eine Runde. Warte, oh, komm mal. Hilfen die mir an. Das hat's wunder gemacht. Bin umgeklatscht. Warum die Take wieder hin? Quer? Ja. Ja gut, ist ne andere Story. Darf ich sie... ... picken? Ui. Ah! Ja, dafür steh ich. Dankeschön. Ja, dafür hab ich jetzt meine Karre kaputt. Hehehe. Hallo. Ach ne, jetzt steh ich wieder. Jetzt muss ich noch wegbumsen vor mir. Ne, du musst gerne weg那個. Ja! Weiter, ich bin weg. Jetzt muss ich meine Karre wieder abgesoffen eben... Warte, Moment kracht. Will der fahren oder was? Probier's. Warte, ich nehm den auch mit. Der kann nicht fahren. Na komm, mach du mal. Gib mal richtig voll einen Schwung. Möddu... als ob der könnte vielleicht fliegen ja der fährt nicht schneller wie rückwärts geht schneller oder was jetzt fährt er weg scheiße der versaut es mir ja mein vorwärtsgang klemmt kann nur 30 fahren ja als die werkstatt rufen du auch 100 prozent schaden aber du hast mir geholfen wie es gut da musste ich auch dauerhaft helfen 38 ich muss gleich turbo drücken hat 38 16 39 sind wir drücken ach so noch mal wer werde wohl danke jetzt muss ich aber drücken aber warte mein dicks klipp was ist denn ihr dings na von lenkrad oh scheiße jetzt bin ich falsch aber okay vorstern wir geschrieben wie die tosten wie die Dädi ach kommen wir von noch eine Runde aber hier trägt ich ab wir fahren sich geradeaus Ups Tschüss Na tschüss der Pkw Na dachte du Er hat mich kurz aufgehalten der Ronny 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 Ich muss Gummi drücken Ruhig Gummi Mahlzeit Deine Das war aber Sachen Ja Zu meinen Rülpsern Weil ich Evangelion konnte sie nicht nehmen Ich habe auch einige Clips gemacht davon Von diesen Schmuddelsocken Hi Wie man einen wegfickt Ja Da habe ich auch einen Clip von Ne Wie man sich benehmen können die Herrschaften Achso ich dachte wie Deine den Chef gepumpt hat Achso ja das habe ich auch auf Video Auf Band meinst du Ja Na warte du Schlinge Äh Was hat der Chef gesagt Schlinge Ne Ne Schlampe Warum Ui 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 Was Was bröst'n da draußen Warum Ich bin halt lange weiter draußen glaube ich Ja wie du Miii Daddy Daddy Oh mein ich Daddy Oh ne gleich kommt noch ne Dings Ähh Gleich kommt noch ne Maut Also das ist keine richtige Maut zum Glück Mensch der bringt mein Plan durcheinander Ich war jetzt vorbei Der war weggerammt Warte bevor du mich von ihm wegfickst Das kannst du aber selber zeigen Die Papiere Ich glaube ich nicht schummeln Durch Das ist ein Schrank aufgestellt bei mehr Ja dann brauchen wir durch Weil ich dagegen gefahren bin Klatsch Da fahr mal vorbei Ähh Hehh Hehh Ich bin mal am Bordstein gefahren Aber wie flinzen das jetzt mit der Klaster eigentlich Ertz Nix Warum flüstern sie Ach nur so Na ich flüstere nicht Äh doch das hört mir aber so an Was hast du doch verstanden Ich hab gehört dass sie flüstern Und was hab ich gesagt Ja das hab ich ja nicht verstanden Puh es ist auch gut so Hehh Komplett Alter hat das grad kurz gelackt Aber wenn mein PC mit Bello offen ist Siehst ja Mach keine Störe Probleme Das ist ne Störe Oh Scheiß Jetzt hab ich noch 30 Minuten Autofahrt Drei mal Schaffst du auch so viel am Tag Einmal Ja Aber Gibt's nicht Ich hab ja grad Zeitdruck weißt ja gell Ach ne Ach ne Aber ich geh wieder Puh Wenn du wüsstest was grad passiert ist Ja genau So ging's mir auch so Und dann wieder pressen Was Fick dich Uifu Hallo ich bin kein Wesen zum Stock Uifu 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 Nehmen sie die zweite Ausnahme Uifu Nehmen sie die Ausnahme Uifu Kam jetzt jemand Uifu Uifu Na was ist das mit ihm passiert Uifu Das konnte ich bremsen. Ja, jetzt sind sie auch gegen Kreisverkehr geboren. Ja. Ich sehe schon den nächsten Kreisverkehrs. Ja, gut. Kurve Schwung vollnehmen. Hast du es umgekippt? Ne. Ich habe nicht mehr gefüllt, aber... Tschüss! Yes! Sie sehen geradeaus. Ich habe noch 880 Kilometer. Also 880. Was? No problem. Nein, was denn? er sagt das kein problem hast du dich verfahren hätte ich dir aber echt den zug getraut nicht so schadensfroh ich sehe es nicht mehr hinter mir im rückspiegel was ist mit ihr los und jetzt damit schnecke ich habe mich überschlagen ist doch umgekippt oder nicht mehr auf den kopf gelandet er offensichtlich ist jetzt umgekippt jetzt bin ich umgekippt endlich ohne normalen bist du schadensfrohstoff oder darf ich das nicht äh nö was für nervensäge hallo wie lange bin ich schon in der offentnahme schon knapp eine stunde hallo aber ich stehe aber vor dir was nä ja doch hä müsstest du nicht bei rechts recht die eigentlich schon na toll bei jehova bin ich genau in den ort du gerade einfällst du hast dann direkt verstehe ich weiß aber du musst das eigentlich woanders sein bei der in der nähe von den richtig was kannst du mal gas gehen du blöde kiste hier weil du ohne mich fahren das ding das ich gedacht hat äh ne aber gibt es nicht wohin gibt es immer eine aber äh ne äh doch äh ne äh doch klinik am süd blöde lächeln aber knapp du gingst mir hoch und zwar in der kurve habe ich ne Ecke wie schön mitgenommen klatsch ja da hab ich mir hingelegt klatsch öö äh 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 Guten Tag, Funk, Funk, Watcher und all. Ja, guten Tag. Dann kommt deine Mutter wieder ins Zimmer, dass er sich Huuu machen kann, Huuu. Jetzt ich doch ne, ich weiß das? Ja. Ne. Doch. Mach dir gerne einfach mein Zimmer plassen, ohne zu kloppen. Meinst du das klopfen? Hör nix. Na, wie bei dir. Mit Honey. Daddy. Dachte. Lenny. Wie schön, Lenny weg. Pups. Na, wie alt ist der überhaupt? Fünf? Glaub 14. Oder 15. Na, ich schätze mal 13. Warum fragst du dich nicht einfach? Ja, du bist echt ein Scherz Kicks. Warum? Wie soll ich ihn jetzt fragen? Ich bin gebannt, immer noch bis Mittwoch. Mit dem Discord? Denkst du, ich weiß seinen Discord-Namen? Ja. Der ist auf dem Magic-Discord drauf. Ja, oder? Der heißt Lenny. Ja? Der kann es nur anschreiben. Lenny! Nehmen Sie die erste Ausnahme. Lenny! Nehmen Sie die Ausnahme. Ja, ihr habt euch mal ausgetaucht über Discord, das ihr unternehmt geschrieben habt. Nö, noch nicht. Achso. Wollten wir aber auch. Aber kann man. Was? Wie lange sind wir jetzt schon in der Ausnahme? Ich weiß nicht. Ich glaube schon 56 Minuten. Ich sehe es nicht. Ja, wahrscheinlich gleich eine Stunde. Nehmen Sie die Ausnahme. Mann, mach dich ab hier. Mach einen Abflug. Sehr gering verdienen zum Transporter. Ehhh! Warum steht da ein Lkw quer? Weiß ich nicht. Haben Sie mir den mitgenommen? Ne. Da steht da quer auf dem Kreisverkehr. Ach ja? Da muss ich links auf dem Gegenspur fahren. Da ist noch nicht weggebummst. Oh, ich bummste. Nö, diesmal habe ich nichts damit zu tun. Ja, da war der KI-Verkehr wieder zu dämlich zu fahren. Das ist auch schon der Fall gewesen. Ja. Ja. Die sind gegenseitig in die Karre gefahren. Ja. Aber die sind ein bisschen unzählig. Ja, war so umgekippt. Lass mal kurz tränen. Mal gucken, wie lange wir jetzt schon in der Aufnahme sind. Ich sehe es nicht richtig. 38 Minuten erst. Ach, da vorne sind sie. Ich dachte, sie sind auf dem Rastplatz. Was? Ne. Jetzt werde ich jetzt irgendwie vorbei gescheppert. Da vorne sind sie. Ich sehe sie. Ich habe sie gesehen. Mensch. Juhu. Ich bin fast umgekippt. Jetzt wurde es aber nie aufsicht. Sie stehen ja wieder. Ja. Zum Glück, ey. Tschüss. Äh. Kann ich schneller fahren? Warum? Ja. Ich habe kompletten Totenschaden. Ja. 140 bist du abgeregelt jetzt. Nö. Bleiben Sie rechts. Nicht mehr. 3. Äh. Ja. Ich bin dann wie mit. Mit. Ja. 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 Louis? Ich dachte, Lenny! 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 Komm her! Wiegen Sie rechts ab. Ey, wo ist die denn? Den, äh, gib ich Gummi. Na, komm! Komm, sag! Uj, komm, uj, komm! Schrauben Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Auswahl. Nehmen Sie die Auswahl. Das gibt mir einen Zeichen. Wegen Ruhrstörung. Na du! Warum? Ach, nur so. Hat nichts gemacht. So rumgeschrien. Ne. Et doch. Ruhrstörung gilt als ob 22 Uhr, Meister. Ey, nö. Was haben wir im Spiel? Ach so, dann wirst du... Ach! Interessiert dich ein Scheiß, oder was? Wenn wir danach gehen, fahren wir auch zu schnell die ganze Zeit. Was? Wenn wir danach gehen, fahren wir auch die ganze Zeit zu schnell. Ja, und, ähm, und wenn hier Blitzer wären? Ja, gut. Schönen Leichen und 4.000 Euro zahlen nach dem Motto. Ja, genau. Weil wir auch zu schnell sind. Ich glaube, du reichst mit 4.000 Euro. Ja. Na sagen wir mal mehr. Wir haben jetzt 200 geblitzt für so eine 80er Zone. Hier, oder 30er Zone. Ja. Heute ist der 13. Freitag. Noch nicht, leider. Hey Siri. Wann ist der 13. Freitag? Nehmen Sie die Ausfahrt. Nehmen Sie die Ausfahrt. Wann ist der 13. Freitag? Mach das einfach. Man. Ich kenne keine Monate die mehr aus. Was ist heute für einen Tag. Wie. 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 so richtig viel luft abgedammt nein ich habe es alles auf band ups solche mal die zuschauer abspielen lassen und nehmen bitte heute eigentlich schlossen hast oder wird es selber zu mensch na wo bleibst denn bist umgekippt ja ach du armer du tust mir aber auch leid siehste guck ich kann sogar vernünftig fahren aber ich geh wieder nach gut du tust ja du hast rüberriert bist du dumm dummes spiel dummes spiel man soll niemals am handy schalten jetzt muss ich weg treffen wir uns da wo ich jetzt bin oder ja aber ich muss nur die aufnahme paus siehren wer ne xxxxxxxxxx mua mua aber das war ne maut malz malz rückart der vier klatsch also freunde wir sehen uns dann später bis dann tschüss malz das war